Ich gehe einkaufen, Paul. Soll ich mitkommen? Nein, pass auf Max auf. Ich mache das schon. Okay, dann nimm aber Mia mit. Sie kann dir helfen. Gute Idee. Ich frage sie mal. Mia, kommst du mit mir einkaufen? Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Diese Musik ist so gut. Hallo, Mia. Ich liebe diese Frau. Sie hört mich nicht. Ich wünschte, ich könnte sie mal in echt sehen. Hä, wen hört Mia denn da? Oh, wow. Die kenne ich auch. Hä, was machst du da, Mama? Warte, ich mache leiser. Hörst du Aliva? Oh mein Gott, kennst du Aliva? Ja, ich liebe Aliva. Ich auch. Sie ist so hübsch. Kommst du mit mir zum Einkaufen, Schatz? Hm, ich habe keine Lust. Wenn du beim Einkauf hilfst, gehen wir auf ein Aliva-Konzert. Echt? Ja, dafür musst du mir aber jetzt helfen. Versprichst du, dass wir auf das Konzert gehen? Ja, ich verspreche es. Du und ich gehen zu Aliva. Okay, ich liebe dich, Mama. Komm, dann gehen wir jetzt einkaufen, Schatz. Willst du deine Kopfhörer nicht hier lassen? Nein, ich will weiter Aliva hören. Na gut, dann gehen wir mal. Warum spielt Max immer mit diesem Spielzeug? Hm, keine Ahnung. Er liebt dieses Spielzeug. Er ist so süß. Er ist ja auch mein Bruder. Natürlich ist er dann süß. Ich bin nämlich auch total süß. Ja, das kann sein. Ihr seid süß, weil ich so süß bin. Komm, wir gehen mir. Hallo, hört ihr mich? Ich bin auch süß. Okay, Mama. Lass uns fahren. Hallo, ich bin auch süß. Ja, sehr süß, Paul. Danke, Baby. Pass bitte gut auf Max auf, Schatz. Ja, mach dir keine Sorgen. Können wir jetzt gehen? Ich habe später etwas zu tun. Was hast du denn vor mir? Ich will für die Schule lernen. Echt? Ja, für Mathe. Echt, echt? Ja, ich will besser werden in der Schule. Ich bin so glücklich. Bitte sag, dass ich nicht träume. Du träumst nicht, Paul. Ich werde wirklich für Mathe lernen. Ich will nämlich in die neunte Klasse kommen. Ich liebe euch, Pia und Mia. Und Max liebe ich auch. Wir haben eine tolle Familie. Ist alles okay mit Papa? Warum schreit er so? Ja, ich glaube, er ist einfach glücklich. Ich bin so glücklich. Ich mag's, wenn Papa glücklich ist. Papa. Ja, mein Schatz? Ich will Ärztin werden. Oder vielleicht Anwältin. Oh mein Gott! Ich kann es nicht fassen! Wir sollten gehen, bevor Papa einen Herzinfarkt bekommt. Ich bin so stolz auf dich, Mia! Endlich änderst du dein Verhalten! Ich gebe mein bestes Papa. Ich kaufe uns eine Villa, wenn ich reich bin. Hauptsache, wir sind gesund, Schatz. Genau, und solange wir uns als Familie haben, ist alles andere egal. Gut, dass du Mama nicht für Julia verlassen hast. Das war ein großer Fehler damals. Zum Glück hat Mama mir verziehen. Ja, Mama ist die beste Frau der Welt. Ich liebe dich so sehr, Pia. Ich weiß. Liebst du Papa auch? Äh, ja. Hehe, danke, Schatz. Komm, Mia. Wir gehen. Okay, Mama. Warum tanzt du? Weil ich Lust habe. Bis später, Paul. Viel Spaß beim Einkaufen, meine Engel. Geh zum Auto, Mia. Komm doch, Mama. Du hast wohl gute Laune. Ich habe immer gute Laune. Ich mag dein Auto, Mama. Es ist viel cooler als Papas Auto. Danke, mein Schatz. Wenn ich groß bin, kaufe ich mir einen Porsche. Mach das, mein Schatz. Komm, steig ein. Okay. Mama. Ja, Mia? Ich wollte mich bei dir bedanken. Warum denn, Schatz? Du bist eine tolle Mutter und ich bin froh, dass ich dich habe. Danke, Mia. Ich bin auch froh, dass du meine Tochter bist. Ich will dir eine Frage stellen. Okay, dann frag. Ich bin gespannt. Bist du glücklich, Mama? Warum fragst du mich das, Mia? Ich habe das Gefühl, dass du zurzeit nicht so glücklich bist. Habe ich recht? Ja, ich könnte schon glücklicher sein gerade. Woher wusstest du das? Ich habe das gespürt. Aber warum denn, Mama? Warum bist du zurzeit nicht glücklich? Das hat zwei Gründe. Welche Gründe? Sag sie mir, Mama. Ich kann zurzeit nicht arbeiten, weil ich mich um Max kümmere. Ich würde aber wieder gerne arbeiten, damit wir mehr Geld haben. Ihr müsst mir kein Taschengeld mehr geben. Nein, das ist schon okay, Schatz. Und was ist der zweite Grund, dass du traurig bist? Ich glaube. Was glaubst du? Ich glaube, dass ich Papa nicht verziehen habe. Was hast du Papa nicht verziehen? Na, was wohl mir? Ach so. Meinst du, dass Papa dich betrogen hat? Ja, es ist zwar zwei Jahre her, aber ich kann es einfach nicht vergessen. Aber Papa hat sich doch entschuldigt für das, was mit Julia passiert ist. Ja, aber ich muss jeden Tag daran denken. Wie konnte er das damals tun? Papa weiß, dass das ein großer Fehler war. Ja, aber ich kann ihm trotzdem nicht vergeben. Mama, liebst du Papa noch? Sei ehrlich. Ja, ich denke, das tue ich noch. Aber ich bin trotzdem nicht mehr so glücklich in unserer Ehe. Willst du mal mit Papa darüber reden? Hm, ich weiß nicht, wie er reagieren könnte. Er denkt ja, dass alles in Ordnung ist. Ich will nicht, dass ihr euch trennt, Mama. Wir sind doch eine gute Familie. Mach dir keine Sorgen, Mia. Wir werden dich und Max immer lieben. Egal was passieren wird, Schatz. Hm, okay. Ich will trotzdem nicht, dass ihr euch scheiden lasst. Ich habe nicht gesagt, dass wir uns scheiden lassen, Mia. Ich habe gesagt, dass ich zur Zeit nicht glücklich bin. Hm, okay. Ich verstehe. So, wir sind jetzt beim Supermarkt. Mama tut mir leid. Willst du irgendwas für dich kaufen, Schatz? Du kannst dir etwas aussuchen. Danke, Mama. Mal gucken. So, hier ist der Parkplatz. Das ist der Supermarkt. Ich war hier lange nicht mehr. Komm, lass uns reingehen. Wir haben fast alles, was wir brauchen. Fleisch wäre aber noch gut. Fleisch gibt es da hinten. Ja, lass uns dahin gehen. So, Fleisch haben wir jetzt auch. Ich brauche noch etwas, Mama. Was denn, Mia? Mein Arzt hat gesagt, ich brauche Obst und Gemüse. Ich muss das essen. Ach ja, stimmt. Das ist eine gute Idee. Das Obst ist da hinten. Hier ist das Obst. Willst du rote oder grüne Äpfel? Rote Äpfel und ein paar Bananen. Okay, kein Problem. Willst du noch etwas? Ja, ich will noch Schokolade kaufen. Okay, dann geh die Schokolade holen. Ich warte hier auf dich. Okay, Mama. Endlich ist Mia Obst. Hallo. Äh, hallo. Du bist mir aufgefallen. Dann wollte ich dich ansprechen. Äh, warum bin ich dir aufgefallen? Weil du sehr hübsch bist. Meinst du das ernst? Ja, ich habe lange keine so schöne Frau gesehen. Hm, danke. Willst du mir deine Handynummer geben? Ich fühle mich geschmeichelt, aber ich bin verheiratet. Das war kein Nein. Haha, äh, das ist keine gute Idee. Wir müssen ja nicht heiraten oder so. Wir können uns mal treffen und dann schauen wir. Okay, aber ich liebe meinen Mann. Das finde ich gut. Wir können ja Freunde werden. Du hast richtig schöne Augen. Also, was ist deine Nummer? Meine Nummer ist 01. Okay, ich habe deine Nummer. Wie heißt du eigentlich? Alex, und du? Ich bin Pia. Es gab keine leckere Schokolade. Oh, das ist schade, Schatz. Wer ist dieser Mann? Äh, keine Ahnung. Ich kaufe hier nur Obst. Ruft Alex mich echt an? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Was hast du denn, Mama? Ähm, nichts. Lass uns nach Hause fahren, Schatz. Gebt einen Daumen hoch für Part 2 und klickt dann auf diese Folge. Ich weiß nicht. de. Ich weiß nicht, ob das eine gute Ideeie war. Ich weiß nicht, ob es aber auch hier kann.